In der Renaissance gab es bedeutende Fortschritte in der Medizin und im Gesundheitswesen. Der Humanismus beeinflusste diesen Bereich, indem er eine neue Sichtweise auf den Menschen als Individuum und die Natur einbrachte. Kräuterkunde, Hygiene, Diagnostik, neuartige Behandlungsmethoden sowie hilfreiche Hilfsmittel wurden in dieser Epoche entwickelt, die das Wohlbefinden des Menschen erheblich verbessert haben. Wer diese Persönlichkeiten mit einem bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung sind und wie sie das Fundament für die moderne Medizin legten, erzähle ich dir in diesem Beitrag. Künstler und Wissenschaftler wie Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius und Hieronymus Fabritius da Quapendente trugen unter anderem dazu bei, das Verständnis der Anatomie zu verbessern und das medizinische Wissen zu erweitern. Andreas Vesalius war ein flämischer Anatom und Chirurg, der als Vater der modernen Anatomie gilt. Er führte detaillierte und präzise Studien zur menschlichen Anatomie durch und veröffentlichte 1543 das bahnbrechende Werk Sieben Bücher vom Bau des menschlichen Körpers, das eine Neuausrichtung der Anatomie und Medizin darstellte. Hieronymus Fabritius Abaquapendente war ein italienischer Anatom, der wichtige Beiträge zum Verständnis der menschlichen Anatomie, insbesondere des Gefäßsystems, leistete. Er entdeckte die Klappen in den Venen und trug so zum Verständnis des Blutkreislaufes bei. Es wurden auch Fortschritte in der Diagnostik gemacht, wie zum Beispiel die Pulsmessung und die Untersuchung von Harnproben zur Erkennung von Krankheiten. Girolamo Cardano war ein italienischer Arzt, Mathematiker und Philosoph, der zu den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit gehörte. Er beschäftigte sich intensiv mit verschiedenen medizinischen Themen und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung der Diagnostik bei. Cardano verfasste zahlreiche medizinische Schriften, darunter das Werk Ars Magna, in dem er verschiedene diagnostische Methoden und Techniken beschrieb. Er betonte die Bedeutung der klinischen Beobachtung und gründlichen Anamnese, um genaue Diagnosen zu stellen. Zudem befasste er sich mit Themen wie Differenzialdiagnosen und der Interpretation von Symptomen. Nach der Diagnose erfolgt die Behandlung. In der Renaissance wurde das Wissen über Heilkräuter und pflanzliche Arzneimittel weiterentwickelt. Apotheker, Heil- und Kräuterkundige entdeckten neue pflanzliche Substanzen, die zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt wurden. Philippus Aureolus Theoprastus Bombast von Hohenheim, nennen wir ihn einfach mal kurz und knapp Paracelsus, war ein Schweizer Arzt, Alchemist, Botaniker und Humanist. Als Humanist betonte Paracelsus die Bedeutung des individuellen Menschen und glaubte, dass die Natur und der Mensch im Einklang miteinander stehen. Er lehnte die traditionelle Lehrmeinung und das überlieferte Wissen ab, das zu seiner Zeit vorherrschte. Er forderte eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Medizin und betonte die Bedeutung der chemischen Analyse von Substanzen für die Medizin. Er legte auch den Grundstein für die Pharmakologie und machte Fortschritte bei der Anwendung von Heilkräutern. Einer der Pioniere der modernen Botanik war der italienische Naturforscher und Mediziner Ulisse Altrovandi. Er sammelte und untersuchte eine Vielzahl von Pflanzen und erstellte umfangreiche Herbarien, die für die Medizin und Pharmazie von Bedeutung waren. Das Auftragen von Heilkräutern als Heilmittel ersparte dem armen Kranken den Einsatz glühender Eisen, das damals bevorzugte Mittel zur Wundversorgung. Ambroise Paris war ein französischer Chirurg und als Vater der modernen Chirurgie bekannt. Unter Einsatz wirksamerer Technik machte er unter anderem auch Operationen effizienter und weniger schmerzhaft. Die zunehmende Sensibilisierung für eine gesunde Ernährung, Hygiene und einen gesünderen Lebensstil führte zu einem besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Lebensweise und Gesundheit. Eine Verbesserung der sanitären Bedingungen in den Städten und Einrichtungen konnte die Verbreitung von Infektionskrankheiten eindämmen. Girolamo Fracastoro war ein italienischer Arzt und Gelehrter, der wichtige Beiträge zur Medizin und Epidemiologie leistete. Er entwickelte die Theorie der Contagion-Übertragung von Infektionskrankheiten und prägte den Begriff Syphilis. Mit dem zunehmenden Interesse der Wissenschaftler an kleinen Organismen und Geweben legten sie den Grundstein für die spätere Entdeckung von Mikroorganismen und das Verständnis von Infektionskrankheiten. Die Erfindung eines Mikroskops, welches jedoch erst in der nächsten Epoche im Barock entwickelt wurde, war demnach ein logischer nächster Schritt. Brillen und Linsen zur Korrektur von Sehproblemen gab es bereits seit dem späten 13. Jahrhundert. Menschen mit Sehschwäche konnten damit ihre Lebensqualität erheblich verbessern. Johannes Kepler war ein deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker. Er war zwar kein Arzt, aber seine Beiträge zur Optik und zur Entwicklung von augenoptischen Linsen waren von großer Bedeutung für die Verbesserung der Sehhilfen. Kepler untersuchte die Optik des menschlichen Auges und leistete wichtige Arbeit bei der Erklärung der Brechung des Lichts durch Linsen. Seine Entdeckungen legten das Fundament für die Entwicklung von Brillen und Linsen zur Korrektur von Sehproblemen. Wer das Hörrohr oder den Ohrmuscheltrichter erfunden hat, ist auch nicht überliefert. Jedoch war diese primitive, konisch geformte Hörhilfe, die Schall ins Ohr leitete, geeignet, die Hörprobleme der Menschen zu lindern. In jedem Fall spiegelt solch einer Erfindung die kreative und einfallsreiche Natur dieser Zeit wieder und zeigt, wie Technologie und Innovationen dazu beitragen können, das Leben der Menschen zu bereichern. Der Grundstein für weitere Fortschritte in der Medizin wurde in der Renaissance gelegt und beeinflusste die Gesundheitsversorgung in den folgenden Jahrhunderten. Danke an all diese genialen Wissenschaftler, dass wir uns heute nicht mehr mit Aderlässen oder glühenden Eisen herumquälen müssen.